jetzt hab ich immer noch nicht mein monster auf ein bisschen zurückhalten naja ich lass dich ganz und gar machen ja da hast du jetzt schon zwei oder vier was denn teile von deinem von der seasonreise mein zweiter 2 da muss man vielleicht ein boss machen und dann ja ich habe nie jemanden der dort wirklich dauerhaft mit mir spielt und alleine ist kacke weise deshalb blöd wenn du allein bist dann macht mir das gern keinen spaß ja ist verständlich komischerweise immer mit dem wenn ich mit dem spiel mit weswegen ich das game habe dann macht mir das voll spaß habe ich voll spaß an diablo ist voll cool alles aber sehr viel arbeiten muss und so und er selber dann auch nicht so wirklich dann abends bock hat und oder wenn er dann mal abend spielt dann spielt er eher mit denen die das auch mit dem ständig suchten aber gut kann man auch verstehen ja dann stehe ich außen vor ja ich sag ja nix dagegen so an sich maximale hast mal das ist schon auf auf schützer und da gibt es Loot, Loot, Loot Ich habe gestern seit langem mal wieder die COD gespielt Black Ops 2 Ich habe von meinem Kollegen, der hier ist, den Account geshared bekommen und was heißt geshared, aber der hat mir seine Login-Daten gegeben Ach scheiße, jetzt bin ich wieder da an der Leiche einmal wegrennen Problem ist, dass ich noch nicht so die Ultis habe, die ich normalerweise habe Die hast du eigentlich schon ab Level 70 Ne, aber auch meine Rüstung fehlt mir Wo ich meine Tiere und so habe So wie du das Finkt man da eigentlich für ein Set gestellt beim Maradour ist das beim Demon Hunter Maradour-Set oder ist das Unheilige ist denn Set? Weiß ich jetzt nicht Da überfragst du mich ein bisschen Weil wie gesagt Ich kenne mich da nicht mit aus Ich habe nie jemanden gehabt, der mir das so wirklich erklärt Der Typ, der das mit mir gemacht hat Ja, die Season Reise, die gibt dir halt dir halt ein komplettes Set geschenkt Und Guck gleich mal auf dein Profil Ja, guck mal Vielleicht kannst du mich äh Ja Ja Ich denke doch Vielleicht lerne ich ja doch nochmal was Mein Gepäck ist voll Schlaufen Na Oh, Blut, Blut Mein Gepäck ist voll Ich kann gar nicht so viel auf der Wege liegt nicht so große Tasche oder wir auch nicht so was habe ich denn hier härteren Gürtel, gut Entschuldigung was für eine Rüstung aber bringt mir eher minus als plus du musst mal unten links gucken müsste ein Briefkasten sein ein Beutel drin sein den müsstest du nehmen und da sind schon zwei grüne Setteile drin ja Moment links von der Lebensanzeige die ersten zwei Teile kriegst du ja schon geschenkt mit Dings Level 70 Sammlung, Briefkasten, Briefkasten Achtung, Briefkasten, Briefkasten, Briefkasten ~~ Ich muss erst mal verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Erst mal. Hallo, ich kann da reparieren. Und wo kann ich jetzt noch mal verkaufen? Wo ist denn da hin? Weiter. Verkaufen brauchst du nicht. Brauchst kein Gold. Du brauchst die Mats vom Crappen. Hier die Gegenstände wiederverwerten. Musst die an dem NPC. Aus dem Schmied. Gold brauchst du nicht. Du brauchst ja nicht da die Sachen zu verkaufen. Aber hier die Sachen zum Beispiel, die ich nicht benutzen kann. Hier habe ich seltener Zauberstab. Die kannst du natürlich, klar die weißen Items kannst du, also die die du nicht Crappen kannst, kannst du verkaufen, aber im Normalfall alles Crappen, weil du brauchst die Mats später, sonst dein Progress natürlich voll kein Arsch. eine Waffe mit einem... Achso, das ist das Element. Hat sie erledigt. Da kannst du auch die Sachen, wo du dir nicht sicher bist, kannst du mir linken und ich kann dir gleich instant sagen, ob du die brauchen kannst oder nicht. Oh ja. Kann ich gar nicht verwenden. Das ist das. Ja. Aber das kannst du halt Crappen hier am NPC, ne? Deswegen. Ja, ich weiß nicht, was war da nochmal, äh... Hat's rausgekriegt. Komm, identifizieren das scheiß Ding. Ach doch. Ja, hier kannst du auch alles am Buch, in den... wo kann ich jetzt hier quacken? Ja, an dem Schmied. Ja, 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 ja. Dann der dritte Reitig, Gegenstände wiederverwerben. Ja, und dann? Dann hast du ja die farbigen Dinger. Ja. Dann klickst du einmal drauf und bestätigen und dann machst du halt alle von der Farbe down. Achso, ja. Das machst du halt mit jedem Scheiß, der Drop. Außer halt mit Legis, die du brauchst, ne? Bei Legendaries machst du einfach Shift-Links-Klick im Open-Chat und dann kann ich dir sagen, ob du die brauchst oder nicht. Identifiziere ich nochmal. Ja, an dem Buch. Achso. Oh. Machst du alle Legis mit einmal auf. Wenn du jetzt nur eins gefunden hast, kannst du auch mit Rechtsklick öffnen. Ich hab nämlich drei gefunden, aber der bringt mir nix, der bringt mir auch nix, der bringt mir auch nix. Zeig mal Hertha, bevor du es kaputt machst. Warte. Shift-Links-Klick. Shift-Links-Klick einfach. Nee, dann mit Shift-Links-Klick. Ähm, warte hier. Guckst dir an. Sind graue Legendaries, keine Ahnung. So, äh, den Ring, den kannst du aufheben. Den schlüpfrigen Ring, den in End. Und die anderen beiden kannst du erstmal crapen, ja. Bei der schlüpfrige Ring in End. Der ist schon ganz okay. Ja, den hab ich ja doppelt. Wo sind die jetzt da? Bei Z-Teile hast du die schon angezogen, oder? Ja, ich hab ein paar, die ich mir angezogen hab, hier. Äh, die grün. Nee, die hab ich noch nicht. Bühnen, die jetzt. Fein. Weil mein Inventar voll war. Ins Inventar legen. So, jetzt kommt sie drauf. Kopfschutz und Handschuhe. Oh, hier auch. Ich muss hier alles mal identifizieren. Ähm. Ja, das machen durstet. Ja, das war ich auch beim letzten Mal hatte. Ja, das ist, äh, wie gesagt, wenn wir dann jetzt gleich die zweite, äh, ausmachen, glaube ich, Schulter und Schuhe. Äh, hast du alles, gehst nochmal in dein Portal, lootest alles, dann nur zum... hatte ich vor. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kehre in die Stadt zurück. Ein eigenes Bandit. Ich bin hier... Ich ziehe ich Abklinge, Schaden... Und die Rüstung geht jetzt mal drauf. Und die Basics. Hass, Beweglichkeit, Hebegeschwindigkeit, Hass weiter setzen. So. Hast du soweit alles angezogen? Ähm, stimmt. Kann ja schon mal zu dem Boss hinlaufen. Ich hab' ne neue Hose, die auf jeden Fall sehr gut ist. Ah, den Chat brauch ich nicht. Ja, wenn du den Chat aufmachst und dann Shift-Links-Klick machst, kannst du mir das auch instant reinlinken, dann kann ich... Achso. Achso. Der Chat aufmachen, Shift-Links-Klick. Ich bin da jetzt dran. Ich lauf' grad zu dem Boss hin. Ja, ja. Ich wollte dir hinterher switchen. So. Den Quest, den ignorieren wir einfach. Wenn das Admo brüch zum Boss... Ich weiß, der Teile krieg's. Ich geh' ja auch immer hin und... Ich sammel' einfach alles auf, was mir vor die Nase läuft. Ich hab' ja auch schon das erste Tierchen. Mehr oder weniger. Oh, da können wir wieder ein Pet-Dog-Go, Alter. Äh... Dein erster Begleiter. Gleich mal ändern, Alter. Gleich mal angucken, wenn ich nicht... Oh, die Spinne, Alter. Ich muss mal auf... Äh... Auf das Dings gucken hier. Äh... Was ich mit Dings gemacht hab. Ähm... Ah, guck mal an. Hier, wir haben ja meine... So gut wie meine alten Steps. Ja, ansatzweise. Wow, was war denn das jetzt gerade? Gürtel. Äh... Ne, nicht von deiner Seite, von meiner Seite aus. Ne, den hab' ich dir rausgeschmissen. Ähm... Ne, ich hatte gerade Frame-Einbruch, deswegen. Achso, 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 okay. Das mich aber sehr gewundert hat, weil das ist noch nie passiert. Aber ich weiß nicht, was los ist, aber im Moment hat mein PC das irgendwie etwas häufiger. Oh, bei mir ist zur Zeit das Internet am Absprachen. Weil du mal gedätest. Okay. Das fand ich, wer... Ja, ein nach Vorteil hat's auch. Ja. Mein Kollege, der hier ist, der sagt, das liegt daran, weil du AMD hast, nicht enthält. Ja, aber du machst jetzt keinen Unterschied. Und ich hab' nichts mehr gesehen, aber das hat mich nicht gemütet. Jetzt mal um das so zu spezifizieren. Oh, 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 oh. Bounty, die machen wir später Wenn du jetzt erst mal zu dem Boss gehst, der die letzten Teile da besorgen hält Boss? Die nehmen 2 Teile Wenn du den Boss besiegst, kriegst du nochmal 2 Teile Das ist halt Schulter und... ...Zuhr sind das? Da hast du zumindest schon mal ein 4er-Set-Pony Ich bin gestunzt Erfolgreich Noi Das ist nicht so schnell wie mein Kollege Der ist schneller Äh, ja Ich benutze auch ein Set, was allgemein nicht so ne Schnellekeit hat Achso Ich hab alles Ja, du kannst wieder zurück in die Stadt Und jetzt hast du auch wieder Post Mhm Mhm Ich weiß Es spielt halt diese, äh, diese eine Gegend Glockel auf die Waffe drauf machen kann Sollte ich in ein anderes Bett erstmal spielen Ahm Wie kein Auge zu getan Nun wisst ihr warum Engel und Dämonen sich vor den Nevalenten zu flora Mein Kollege, der geht hin und sagt zu mir, der fängt mit Level 1 an und geht direkt in Qual 3 rein, weil er sagt sonst ist langweilig Boah Kann man machen Oh sein lassen Ja, aber der ist wirklich Der liebt solche Spiele, das ist es Ne Er hat Geschützturm noch mit rein Fähigkeit Was hab ich denn jetzt meine Fähigkeiten eigentlich, ähm Ring musst du noch anziehen, die denn der getroppt hattest Was denn? Den, den schlüpfrigen Ring musst du auch noch anziehen Achso Ja, im Ziel ist es jetzt halt erstmal alles, ähm, mit Legendary zu equipen Ja, das ist ja erstmal das Wichtigste Ob jetzt nur grün oder, oder braun ist halt egal, aber Hauptsache Legendary Dass du halt genügend Stats hast, dass dir nicht gleich immer instant umsailt Ich muss mal eben auf meinen Desktop wechseln Ja, das ist ja Dass du halt gar nicht verschwindst Ja, das ist ja Dass du halt gar nichtこう Ja, das ist ja Ich kann gar nichtes mal Wichtigste Ich kann weiter und Du versuchst jetzt erstmal alles zu kippen. Jeden Slot ausfüllen mit braunen Sachen halt. Stütztor musst du noch in deine Fertigkeiten reinpacken, dann musst du noch ein paar passive auswählen. Fertigkeiten, da sind sie. Wo sind denn die, da ist der Basilisk. Wo haben wir denn die Geschütztürme. Sind das nicht die Basilisken? Hast du Wahlmodus noch nicht aktiviert? Weiß ich nicht. Optionen. Warte mal. Optionen. Dann unter Gameplay. Und dann auf der rechten Seite muss irgendwo ein Wahlmodus stehen. Vierter von unten. Das ist aktiviert. Okay, okay. Dann legst du ja auf rechts, nee rechts gekastet der Mehrfachschuss, ne? Ja. Ja. Okay. Legst du auf links klick, packst du dir irgendwas drauf, nicht Granate. Granate ist scheiße. Habe ich gemerkt. Habe ich gemerkt. Irgendeinen anderen Autohit Skill, womit er wieder... Also wegen Cirek ... Oh, scheiße ... ... Oh, scheiße. Wenn du auf die links gehst, kannst du Bolas mit dieser Frostbohne nehmen. Warte mal hin, wo haben wir denn die Dings Türme? Hallo. Hallo Philip. Dennis, Frank, aber hey. Philip ist nicht hier. Geisse. Was such ich denn hier? Ja, dann geh auf den anderen testen. Ich wollte ja mit Philip reden. Philip war mir sympathischer als Frank. Na danke. Immer. Zack, Sperma-Bann, tschüss, raus. Äh, nö. Äh, hast du jetzt mal deine Fähigkeiten geändert, Frank? Ja, hab ich. Ja, Chakram hast du reingemacht. Auf dem Linkstick machst du Bolas mit der Frostbohne. Was spielt ihr? Diablo. Aha, okay. Bolas. Wo hab ich denn Bolas, ne? Äh, Maximilian, ich hatte vorhin Blue Screen. Bolas. Ich hab hier nur Bolas stehen. Bolas und dann mit der Frostbohne unten. Äh, Unheil. Äh, Unheil. Ähm. Die Frostbohne habe ich nicht. Die Frostbohne. Eisschuss meinst du? Ja, ja. Also. Gut. Welches Trick machst du? Mehrfachschuss? 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 Da ist mehrfachschuss. Und welcher? Arsenal. Ganz rechts. Also Arsenal, Arsenal. Gut. Ähm. Gefährte. Da ist er. Äh, Fledermaus. Wolfsgefährte. Genau. Auf, zwei, drei. Auf, zwei, drei. Anstatt dem Salto, packst du nicht, äh, Salto rein, sondern, äh, auf der gleichen Seite ist noch so ein Anthos, ich weiß grad wie nicht wieder heißt. Da wo Salto ist, ist auch so ein Anthos. Vorbereitung, tot, geweiht. Ja, Vorbereitung war das. Ne, Vorbereitung war das nicht. Kräftigung, Strafe. Äh, ne, das war nicht Vorbereitung, das war ein anderer Skill. Ähm, Ansteckung, Teil des Todes. Ja, ich guck mal eben auf meinem Demon Hunter. Gefattertod hört sich gut an. Geht's leider nicht nach, ah, nö, nö, nö. Äh, ne, du musst, ach doch, doch, ne, war das Vorbereitung? Ne, Rauchwolke ist das. Rauchwolke brauchst du. Rauchwolke, boah, wie viel Rauchwolke. Schatten, Kräfte, Rauchwolke, so. Aus den Augen. Aus den Augen, okay. Auf Dolchfächer. Bei Dolchfächer packst du das, äh, Geschützturm hin. Geschützturm, ah, da sind sie ja. Ähm, mit, ich glaub auch wieder mit der Eisrune. Der Name krabbt nicht aus. Äh, ne, weiß ich den Augen nicht. Irgendeine Rune, die ist, äh, mit Frost halt. Ja, zum blauen Rand halt. Frostigen Rand. Die Rune. Schlimm doch mal das Element, was der Skill hat. Ja. Ich hab, äh, Feuerspiel, äh, Spielturm, aufspießende Bolzen, an der Leine, äh, Polarstationar. Da ist es. Genau, und bei dem letzten, äh, was packst du da rein? Äh, Rache. 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 Rache Engel meinste? Rache Engel. Ne, ne, Rache. Rache, okay, such mal, Rache. Schattenkräfte, Seite hoch. Rache, da ist es doch. Ähm, mit der Rune, dass du mehr hast, regeneriert. Aus den Schatten, dunkles Herz. Er ist irgend eine Rune. Rache, Rache, Rache. Rache. So, gut. Und anstatt, bei dem passiven packst du anstatt Grenadier, packst du meistergestütze rein, oder meistergestütze. Meisterhandwerk oder so. Ist so ein Stern. So drei Sterne. Wo kann ich denn die passiven bearbeiten, warte? Auf, äh, auch auf S. Ja. Fickst du unten. Ach so. und ein grenadier weg für die runde maßanfertigung so drei sterne jetzt seid ihr jetzt beide deine geschütztürme setzt schießen die halt auch da wenn du schießt weil man es dann näher ist ja ich kenne sie aber das ist so das setting was du brauchst und halt auch wirklich zeit mega gut um voranzukommen kannst du mal aktivieren und loslaufen